Hallo, ich darf euch heute ein paar Zwischenergebnisse aus dem Handlungsfeld Administration und Organisation präsentieren. Unser Team, welches da ist, Claudia Siegmund, Renate Feichtel, Dietmar Butter, Wolfgang Eichberger, Norbert Garleitner und ich, beschäftigen uns auszugsweise mit Fragestellungen und Impulsen wie diesen. Wie schaut es mit Aufgaben, Tätigkeitsbereichen und dem gesamten Leistungsspektrum des Verbandes aus? Wie ist die interne und externe Kommunikation zu verbessern? Wie können wir bestehende Informationen in den Vereinen und an die Vereine besser verteilen? Was hat es mit der Hol- und Bringschuld bei Informationsweitergabe und Beschaffung auf sich? Es geht um Themen wie den Aufwand der Ehrenamtlichen, die durchaus immer wieder bestehende Distanz zwischen Vereinen und Verband. Wie können wir ganz allgemein die Verwaltung optimieren? Wie können wir strukturell und personell den Verband verjüngen? Inwiefern brauchen kleinere Landesverbände eine besondere Unterstützung? Und welche Themen im Bereich der Digitalisierung müssen dringend vorangetrieben werden? Konklusio aus diesen Umfrageergebnissen. Es gibt eine oder viele Schnittmengen zu den anderen Handlungsfeldern. Im Besonderen das Thema Kommunikation, wie schon erwähnt, betrifft alle Handlungsfelder des Verbands und des Strategieprozesses in besonderem Maße. Das Thema Administration und Organisation ist im Vergleich zu allen anderen Handlungsfeldern nicht von vorrangiger Bedeutung. Und als Informationsmedien werden ganz klar seitens der Umfrageergebnisse die V-Spal-Austria-Website und die Social-Media-Kanäle klar priorisiert. Und in Summe gibt es mit der Verbandsadministration und Organisation eine durchschnittliche Zufriedenheit der Teilnehmer der Umfrage. Interessantes Detail. Die Förderstelle des Verbandes, die Bundessport GmbH, hat in ihrer Bewertung unseres Verbandskonzepts für die neue Förderperiode von 2023 bis 2026 die Qualität der Verbandstruktur und Verbandsarbeit mit einem sehr, sehr gut sozusagen bewertet. Beinahe das Punkt Maximum wurde hier vergeben. Wir haben folgende prioritäre Themenbereiche abgeleitet aus diesen Fragestellungen, nämlich das schon erwähnte Thema Kommunikation, das in alle Verbandsbereiche hineinspielt, hier im Besonderen aus Sicht der Administration und Organisation die interne Kommunikation. Und wie ihr wisst, gibt es ja da auch eine eigene Handlungsfeldgruppe, die sich mit Themen Kommunikation, Medien und Presse beschäftigt. Weiters das zentrale Informations- und Kommunikationsmedium, die Verbandswebseite, die ist schon ziemlich in die Jahre gekommen und bedarf eines moderneren, frischeren Auftrittes, einer einfacheren Menüführung und das Thema Responsive Webdesign ist natürlich auch ein großes. Hier gibt es Handlungsbedarf. Bezüglich der Verbandstruktur und der Zuständigkeiten wollen wir Prozessabläufe priorisieren und definieren und die Verbandstruktur, die Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten einfacher und verständlicher darstellen, unseren Vereinen und Faustballerinnen und Faustballern gegenüber. Folgende Themenfelder und Prozessabläufe gibt es. Das ist nur ein Auszug daraus. Aus der Sicht des Vereines gesehen ohne Priorisierung von Meisterschaften über Nationalteams, von Datenbanken über Leistungszentren, von Aus- und Fortbildung über Schiedsrichter und natürlich auch Themen wie Anti-Doping und vieles mehr. Nächste Schritte. Wir wollen diese Prozessabläufe priorisieren und definieren, insbesondere im ersten Schritt aus der Sicht des Vereins, also extern gesehen und natürlich dann in weiterer Folge auch die verbandsinternen Prozessabläufe. Das ist sicherlich ein längerer Prozess und ein sogenanntes offenes Dokument, das immer wieder adaptiert und aktualisiert werden wird müssen. Und dann gibt es am 9. und 10. Juni in Salzburg die Verbandsklausur, wo all diese Themen und Handlungsfelder weiter bearbeitet werden. Das war es auch schon wieder. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, bittet sie jederzeit gerne. Wir freuen uns. Hinterlasst uns eure Fragen im Kommentarfeld oder auf allen Kanälen von Fossball Austria, damit wir gemeinsam und gestärkt die Zukunft gestalten können.